Hallo, liebe Deutschlernende! Ich möchte, dass du leuchtest und dass dein Schein andere inspiriert. Dies ist, was ich mit diesen Videos versuche zu erreichen. Ich möchte meine Positivität und meine Werte mit anderen teilen und meinen Enthusiasmus mit anderen teilen. Und ich möchte damit viele Leute anstecken, sodass diese Leute auch positiv sind, enthusiastisch und ihre Ziele verfolgen, ihre Träume. Wir alle haben Ziele, wir alle haben Träume. Und wir müssen sie verfolgen, damit wir sie erreichen. Wir müssen unsere Ziele verfolgen, wenn wir wirklich das meiste aus unserem Leben bekommen möchten. Das Leben hat so viel zu bieten. Und wir können alle unser Glück finden. Wir können alle dankbar sein für das, was wir haben. Und wir können unsere Positivität anderen Menschen zeigen. Manche Leute sind sehr extrovertiert, manche Leute sind sehr introvertiert. Wir können trotzdem alle unsere Positivität zeigen. Was dich vielleicht überraschen wird, ich bin eigentlich sehr introvertiert meistens. Ich bin introvertiert, aber in diesen Videos kann ich extrovertierter sein. Ich kann mich extrovertierter geben. Ich mache das auch, um Leute zu inspirieren. Und ich denke, viele Menschen suchen dringend nach einem Vorbild. Sie suchen dringend nach positiven Menschen. Sie suchen dringend nach netten Menschen. Stell dir vor, jemand, der gerade in einer schlechten Position ist im Leben. Ihm geht es gerade nicht gut. Er hat vielleicht gesundheitliche Probleme. Vielleicht hat er finanzielle Probleme. Und dieser Mensch hat vielleicht nicht viel Hoffnung. Und wenn diese Person jetzt aber jemanden sieht, die sie als Vorbild sehen kann. Wenn diese Person ein Vorbild hat oder Menschen sieht, die positiv sind, leidenschaftlich, dann kann diese Person wieder Hoffnung schöpfen. Und deswegen sage ich zu dir, leuchte, sodass andere deinen Schein sehen, sodass andere angesteckt werden von dieser Positivität. Ich mache dieses Video, um dich mit Positivität anzustecken. Ich mache diese Videos, damit du auch positiv bist. Damit du auch dich für persönliche Entwicklung interessierst. Damit du auch deine Ziele verfolgst. Damit du auch enthusiastisch bist für das Leben. Damit du auch versuchst, das beste Leben zu leben, das du leben kannst. Ich möchte, dass du auch versuchst, dein Potenzial zu erfüllen. Ich möchte, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Das wünsche ich mir für dich. Und ich hoffe, dass, wenn du dies erreichst, wenn du diese Fortschritte machst, dann hoffe ich, dass du das auch weitergibst. Also ich versuche, dir bestimmte Werte zu vermitteln, eine bestimmte Sichtweise, eine bestimmte Positivität, eine bestimmte Leidenschaft. Und ich möchte, dass du diese Leidenschaft für das Leben, diese Freude, ich möchte, dass du sie weiterträgst. Denn ich denke, je mehr leidenschaftliche Menschen es gibt, je mehr positive Menschen es gibt, desto größer ist die Chance, dass jemand, der vielleicht schon alle Hoffnung aufgegeben hat, so eine Person sieht und wieder Hoffnung schöpft. Denn stell dir das vor. Stell dir vor, du kannst auch Leute inspirieren. Stell dir vor, du tust etwas Heroisches oder etwas Tolles oder etwas, was vielleicht in deinem Kopf jetzt vielleicht gar nicht so groß ist. Ja, aber für dich ist es vielleicht normal. Du machst vielleicht etwas sehr Nettes oder sehr Schönes oder zeigst Enthusiasmus, du zeigst vielleicht Leidenschaft. Und jemand sieht dich, der gerade keine Leidenschaft hat. Jemand sieht dich, der vielleicht gerade sehr traurig ist. Und dann sieht er dich und denkt sich, Wow, ich kann auch so sein. Ich kann auch ein sehr glückliches Leben haben. Und deswegen möchte ich, dass du auch jemand wirst, der die Leute positiv beeinflusst. Du kannst das machen, egal wo du gerade lebst, egal wie deine Situation gerade ist, egal ob du dich filmen möchtest, so wie ich, oder ob es nur die Leute sind, die du im Alltag siehst, die Leute, denen du im Alltag begegnest. Diese Leute kannst du alle beeinflussen. Und vielleicht auch Leute, die du gar nicht kennst. Vielleicht Leute, die dich von Ferne sehen. Die sehen dich und die hören Dinge über dich und dann denken sie, Wow, toll, das möchte ich auch haben. Okay? Also, trage die Positivität weiter. Leuchte, sodass du andere mit deinem Schein anstecken kannst. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn du noch mehr Positivität haben möchtest, wenn du effektiv Deutsch lernen möchtest, dann besuche joingermanclub.com. Vielen Dank. Wir sehen uns morgen. Tschüss!